Ein Augenbraundesign, das ist eine der häufigsten Behandlungen, die wir hier im Bereich der Augenregion durchführen. Vieler oder öfter führen wir hier im gesamten Augenbereich eine Behandlung durch, hier in diesem Fall jetzt nur im oberen Bereich, um die Augen etwas offener darzustellen. Wenn man aber ein offeneres Auge haben möchte, kann es auch durchaus sein, dass wir im gesamten Bereich, also zirkulär um das Auge herum, eine Injektion durchführen. Bei der Patientin ist es aktuell nicht notwendig, sodass wir hier mit einer kleinen Behandlung das Ganze schon abschließen können. Daher sollte immer so ein Wunsch bei offenerem Auge erst mit einer Beratung durch einen Facharzt für plastische ästhetische Chirurgie erfolgen und danach kann man auch sich sicher sein, welche Behandlung am zielführendsten ist. Und ich denke, in dem Fall sind wir schon mit der Behandlung zu Ende. Und ich denke, in dem Fall sind wir schon mit der Behandlung zu Ende.